Hallo sehr und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Matthias und ich habe diesen Kanal Kobo. Wie der Name schon verrät, geht es hier rund um kooperative Brettspiele. Warum jetzt genau kooperative Brettspiele und warum ihr nur diese bei mir auf dem Kanal findet, da verlinke ich euch hier irgendwo ein Video zu, denn da habe ich schon was zu gemacht und möchte mich jetzt hier nicht unnötig wiederholen. Aber es gibt viele gute Gründe, kooperative Brettspiele zu spielen. Ja, was findet ihr auf meinem Kanal? Zum einen findet ihr klassische Regelvorstellvideos, wo ich halt auf die Regeln eingehe und im Anschluss dann auf die Stärken und Schwächen, die ich in diesen Spielen halt sehe. Das mache ich vor allem deshalb, weil ich auf der einen Seite so sehe, es gibt eigentlich so gut wie keine wirklich per se schlechten Spiele, denn schlecht ist für mich ein Spiel, wenn die Regeln nicht funktionieren. Haben wir auch schon erlebt und gibt es auch schon ein Video zu bei mir auf dem Kanal. Aber in den meisten Fällen ist es dann vielleicht nicht mein Geschmack oder hat meine Spielgruppe nicht getroffen. Das heißt, diese Stärken und Schwächen haben die Absicht, euch zu zeigen, ist das Spiel etwas für euch oder solltet ihr lieber die Finger davon weglassen. Dabei kann ich mich für ganz kleine Kartenspiele faszinieren, die halt auch noch im einstelligen Euro-Bereich sind, bis hin zu großen Kickstarter-Projekten, wo ich krankerweise oft all-in gehe und da auch viel viel Geld für ausgebe. Also von klein bis groß findet ihr alles bei mir, von Retail bis Kickstarter. Was seht ihr noch? Ja, jede Woche mache ich bei mir auf dem Kanal einen Crowdfunding-Überblick. Also Crowdfunding, dazu werde ich auch nochmal ein explizites Video machen, heißt Kickstarter, Spiele-Schmiede, Gamefound oder wenn sogar auf den anderen kleineren Plattformen was kommen sollte, zeige ich euch auch dort, was dort kooperativ neu in dieser Woche startet. Also jede Woche rund um kooperative Spiele, was gibt es beim Crowdfunding so Neues zu unterstützen? Das mache ich jetzt auch seit März 2021 und tatsächlich gab es jede Woche neue kooperative Spiele. Also allein in diesem Bereich kommt so viel Neues, dass man eigentlich wirklich gar nicht mehr so richtig hinterher kommt. Dabei gilt bei mir auch, es müssen nicht immer nur neue Spiele sein. Ich spiele auch gerne alte Spiele und stelle die auch nach und nach immer wieder vor. Aber wenn gerade so ein frischer Kickstarter ausgeliefert ist, dann haben wir alle Lust drauf und dann zeige ich den meist dann auch. Dann gibt es einmal im Monat mein Format Endlich Wochenende. Da geht es einfach darum, welche Spiele sind neu bei mir angekommen? Welche habe ich gespielt? Also von diesen neuen und welche alten habe ich gespielt? Und gebe einfach mal so ein paar Kurzreviews raus. Das heißt halt bei mir Endlich Wochenende. Könnt ihr bei mir auch schon mal in die Playlist gucken. Da habe ich jetzt auch schon einige Monate das abgebildet. So, dann gibt es bei mir auf dem Kanal auch ab und zu mal Interviews. Ich habe das damals Kobo Will's Wissen getauft. Das ist nicht wirklich was Regelmäßiges, sondern ganz einfach, wenn ich irgendwie Leute habe, mit denen ich Bock habe zu quatschen, weil ich der Meinung bin, die haben etwas Interessantes zu erzählen, seien es Spieleentwickler, Kickstarter, Founder, andere Kollegen von YouTube, die ich vielleicht, oder Blogger, die ich vielleicht vor meiner Zeit geschaut habe und ja, ein bisschen so meine Gründe mitgeben will. Und das sind dann Gespräche über dies und das und über verschiedene Themen. Das findet ihr auch hier bei mir. Dann gibt es noch verschiedene Specials natürlich, seien es irgendwelche Toplisten, obwohl ich da glaube ich nicht so hinterher bin wie viele andere. Denn mir fällt es immer sehr schwer, so eine Toplisten immer brandaktuell mit rauszubringen. Aber es gibt bei mir zum Beispiel eine Übersicht für Reisespiele oder jetzt auch zum Beispiel beim Thema Weihnachten werde ich auch ein paar Spiele präsentieren, die ich wirklich gut finde. Dann gibt es auch einige Kooperationen mit anderen Kanälen, was ich sehr genieße. Also wenn ich bei denen eingeladen werde oder sie halt bei mir und wir halt über unsere Top Ten Titel des ersten Halbjahres quatschen zum Beispiel oder über aktuelle Kickstarter-Projekte, die wir unterstützt haben. Aber da gibt es verschiedene Sachen mit verschiedenen anderen Kanälen. Ich bin auch ab und zu mal auf anderen Kanälen zu sehen, sei es bei irgendwelchen Sachen wie Better Board Games, Spiel des Monats, die Brettspielgarde. Ja, also für sowas bin ich auch immer zu haben, wenn es die Zeit denn zulässt. Und Zeit ist ein wichtiger Punkt, denn da sind wir auch schon hier beim richtigen Stichwort. Denn alles, was ihr auf meinem Kanal seht, ist am Ende Hobby. Ja, also ich mache das nicht kommerziell, habe auch nicht die Absicht dazu, sondern immer dann, wenn ich Zeit dazu finde. Und da wird es auch immer mal Phasen geben im Jahr, wo das bisschen weniger ist. Denn ich bin Lehrer und da gibt es halt immer so Hochs und Tiefs. Gerade die Abi-Zeit, da habe ich ja dieses Jahr auch mal ein paar Wochen zurückgesteckt. Aber das ist dann ganz normal. Und ja, da ich nicht die kommerzielle Absicht habe, denke ich, passt das absolut am Ende auch. Das heißt nicht, dass es bei mir keine Rezensionsexemplare gibt. Also die gibt es auch, weil ich die anfrage oder weil andere Verlage mich anschreiben und sagen, Mensch, wir haben kooperatives Spiel. Das passt doch genau zu dir. Würdest du das gerne vorstellen? Dann mache ich das auch. Aber bei mir ist immer wichtig, ich mache das ohne Bedingungen. Also die können wir gerne die Rezensionsexemplare geben oder ich freue mich, wenn mir welche übergeben werden. Aber da darf nie irgendeine Bedingung dran geknüpft sein, wie das das besonders positiv dargestellt werden muss oder was auch immer. Natürlich in der Regel wird es dazu ein Video geben, weil es wäre einfach unhöflich, ein Rezensionsexemplar zu nehmen und dann nicht darüber zu berichten. Also in irgendeiner Form berichte ich dann immer über die Spiele. Aber ihr seht bei allen meinen Videos unten im Disclaimer, wenn es ein Rezensionsexemplar ist oder ich sage es eigentlich auch immer beim Einstieg des Videos, sodass ihr, falls ihr da ein Problem mit habt, das einschätzen könnt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, meine Meinung wird davon nicht beeinflusst. Und jetzt habe ich ja schon von meinem Beruf gesprochen als Lehrer und da sieht man auch so ein bisschen meine Passion, nämlich ich möchte eigentlich jungen Menschen die Brettspiele näher bringen. Eigentlich allen, aber vor allem jetzt in der Schule sehe ich halt die Möglichkeit, junge Leute zu begeistern, denn die spielen halt gerne. Ja, und es gibt so viele Spiele da draußen. Und ich möchte gerne zeigen, wie cool eigentlich unser Hobby ist und was es hier alles ja für Möglichkeiten gibt. Das heißt, ich werde auch immer mal darüber berichten. Ich habe eine Brettspiel AG oder wenn ich mit Schülern oder wie gespielt habe, was waren deren Erfahrungen mit bestimmten Spielen? Ich habe auch festgestellt, dass viele Verlage daran interessiert sind, da ein Feedback zu bekommen, wie die Spiele wirklich bei jungen Leuten ankommen. Denn dort sehen sie auch immer mehr ihre Zielgruppen. Also darüber werde ich hier auf dem Kanal auch immer mal sprechen. Ja, was werdet ihr auf dem Kanal nicht sehen? Ja, hochproduzierte Videos. Das auf jeden Fall nicht. Also ich gebe mir schon Mühe dabei. Ich habe mir auch ein bisschen Technik geholt, wie Beleuchtung etc. Und ich schneide das auch alles, wobei ich dank meines Berufsrecht oft gut freisprechen kann und nicht so viel schneiden muss. Aber Arbeit steckt dahinter. Und für mich steht immer im Vordergrund, ich will mir so wenig wie möglich Arbeit daneben machen. Ich mag das. Ich mache auch das Spaß. Sonst würde ich das ja hier nicht machen. Aber dieses ganze technische Geschneide etc. Da bin ich bei den Basics. Das heißt, hochanimierte Videos werdet ihr bei mir nicht sehen. Aber in der Regel fanden das eigentlich bis alle trotzdem gut. Und von der Qualität. Ich will das nur so sagen, dass die Ansprüche vielleicht nicht so hoch sind von euch an das, was ihr hier visuell so zu sehen bekommt. Beim Ton habe ich mich, glaube ich, schon deutlich verbessert. Ja, dann könnt ihr mich auch auf Spotify hören, also im Podcast. Dort lade ich einige der Sachen hoch, die bei mir so gestaltet sind, dass ich mich eh dabei nicht sehe. Zum Beispiel die Crowdfunding-Überblicks. Ja, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid unterwegs und ihr wollt Datenvolumen speichern. Ich wurde darauf angesprochen. Deshalb gibt es viele dieser Sachen auch bei Podcasts durch Spotify. Aber da gibt es kein extra Content. Das ist nur der Content, den es auch hier auf dem YouTube-Kanal gibt. So bloß halt ohne Ton und halt für die Leute, die halt unterwegs das hören wollen. Und Instagram-Account habe ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für Instagram geht es ein bisschen an mir vorbei. Ich poste da ab und zu mal was, um auch so ein bisschen neugierig zu machen, was bei mir so kommt. Aber ich bin jetzt nicht der größte Instagramer, wenn er mich da sucht. Kobo.cooperativeboardgames ist der Name. Und darunter solltet ihr mich dann am Ende auch finden können. So, zum Abschluss will ich noch kurz auf die Frage drauf eingehen. Warum eigentlich ein YouTube-Kanal? Die Frage wird mir nämlich öfter gestellt. Ja, ich finde, YouTube ist ein super Medium, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Auch wenn ich hier auf der einen Seite sitze und meinen Content mache und den dann hochlade und ihr euch diese Videos anguckt, ist es für mich nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist halt auch total interessant, die Kommentare von euch zu lesen. Also traut euch immer da, mir zu schreiben. Viele Leute schreiben mir auch E-Mails. Ihr findet die E-Mails unter Kontakte, glaube ich, wird das damit angezeigt über den Kanal. Schreibt mir da gerne. Ich freue mich da richtig drüber. Auf Feedback, gerne auch Kritik, wenn ihr sagt, das hättest du besser machen können. Oder auch Fehler. Ich habe auch schon Fehler gemacht bei den Rede, Erklärungen, dass ich da irgendwas falsch interpretiert oder verstanden habe. Ich bin da total offen, bin auch nur ein Mensch und mir macht das richtig Spaß, diese Austausche. Und das war eigentlich so einer der Hauptgründe. Denn ich komme ja aus der Provinz. Hier gibt es nicht so viele Brettspieler und das Internet war da immer eine Möglichkeit, in Foren sich auszutauschen. Aber hier ist halt sehr cool, dass ich den Content machen kann, der mich interessiert, nämlich nur kooperative Brettspiele. Und ich sehe immer, wie immer mehr Leute dazukommen, die auch das so sehen wie ich. Und selbst wenn ihr nicht nur kooperative Brettspiele spielt, glaube ich, habe ich viele interessante Tipps für euch, wenn ihr euch allgemein vor kooperative Titel interessiert. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier auf dem Kanal seid, wünsche euch viel Spaß und wünsche euch vor allem bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.